Es gab unzählige Chorleiterfortbildungen bei Helping und jedes Mal kam der Wunsch der Chorleiter, ob man sich nicht mal so treffen könnte, einfach zu sehen und nicht immer Chordidaktik, Methodik, Probenplanung, Einsenken, das alles zu besprechen, sondern einfach nur zu singen und das war die Idee für diesen Projektchor. Das haben wir jetzt gemacht in diesen wunderbaren Räumlichkeiten hier, haben 45 Chorleiter eingeladen, die Note verschickt und jetzt gut gesungen. Ich sing viel zu wenig, weil ich Chorleiter bin. Also hier finde ich das Lockere und das Gemütliche einfach schön, also man muss sich nicht verstellen, man hört das, was man im Radio hört, kann man hier auch singen. Unglaublich, es ist fordernd, aber ich mache mehrere Workshops um hier auch und es ist für mich extrem geil. Und im Chor ist das dann natürlich viel gewaltiger und viel grösser und man ist nicht allein. Ich bin schon mit Chor aufgewachsen und es ist einfach schön in der Menge zu singen und eben mit anderen zusammen Musik zu machen. Spaß am Singen. Immer weiter. Immer weiter. Immer weiter. Immer weiter. Gerade raus. Nicht mit zweifeln. Kom- �men. Sometimes. Immer weiter. Von Gott. Die Fourth Live. Und da gesch name. Wie im Chaache zu geben. Gut. Ich porn. Und da gesch name. Ich fahr jetzt nach Hause und bin unwahrscheinlich erholt. Ich hoffe auch, dass es wieder mal so etwas gibt. Ich hoffe, dass es wieder mal so etwas gibt.